Die Verteile ich morgen in der Uni. Das ist Wahnsinn. Halt! Stehen bleiben! Sie sind verhaftet. Fräulein Sophia Magdalena Scholl? Ja. Geboren am 9.5.1921 in Feuchtenberg. 21 Jahre. Wollen Sie nachlesen, was auf Hochverrat und Feindbegünstigung steht? Gefängnis? Zuchthaus? Oder Todesstrafe? Gesteh Ihnen bloß nichts. Es gibt nichts zu gestehen. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bruder zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt haben. Ja. Und ich bin stolz darauf. Wer waren die Geldgeber? Sie haben hier verdammt nochmal die Wahl zu sagen! Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mich jetzt endlich Russ und Reiter nennen! Sie werfen uns Hochverrat vor. Und jetzt wollen Sie, dass ich angebliche Mittäter verrate, damit ich selber besser davonkomme? Ja, was bilden Sie sich denn ein? Egal wie mein Bruder verurteilt wird. Ich will keine mildere Strafe bekommen. Bitte sorgt Euch nicht. Ich würde alles genauso wieder machen. Fürst bin ich. Wer ist? Untertitelung des ZDF, 2020